Servus Leute, hier ist wieder BoomPower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Herzlich willkommen zur 100. Folge, das bedeutet, wir machen jetzt schon knapp 4 Monate dieses Projekt. Wow. Und das ist auch such wow. Chaos pur. Das gehen wir auf jeden Fall auch an. Was wir jetzt aber dann vielleicht doch mal ein bisschen priorisiert, weil Special 100er Folge und so. Wir stampfen eine typische Arbeiterstadt ohne großen Luxus und so einfach mal hier. Oh, da hinten brennt's. Warum brennt's da hinten? Nein, ich lasse mich nicht ablenken. Gar nicht. Ah, schon wieder. Toll. Hat's jetzt nicht letztens schon erst gemacht? Abgebrannt. Könnte ich jetzt nicht eigentlich warten, bis... Moment, das ist jetzt abgebrannt. Jetzt könnte ich doch warten, bis hier dieses Gebäude... Fahrzeug im Einsatz. Ich würde gerne dieses Fahrzeug verfolgen. Verkehrsrouten an. Nö. Okay. Ist das ein Auto, oder ist das... Da ist es. Ha, ich hab's gefunden. Sucht nach Überlebenden bei geschnittenes Obst. Oh ja. Verfolgen wir das mal. Okay, das ist jetzt übrigens Geschwindigkeitsstufe 1, möchte ich nur kurz mal anmerken. So, ich hab extra zurückgeschalten. Ist ja cool. Schön hier unten durchheizen. Durch die Häuserschluchten. Dann kommen wir aus der Stadt heraus. Wow, okay. Der fährt auch, wie er will. Jetzt wird er von der Polizei aufgehalten. Wenn du dich richtig eingeordnet hättest, dann wärst du wahrscheinlich schneller gewesen. Oh, toll. Jetzt muhen die Kühe. So, jetzt wird da gesucht. Und? Oh ja, der Hund! Gibt es noch Lebende? Wir wissen's nicht. Auf jeden Fall kann der eine Müllwagen nicht weiterfahren und der andere fährt einfach durch. Gibt es noch Überlebende, Leute? Okay, scheinbar nicht. Fakt ist, es wird wieder hochgezogen. Ein neues Industriegebäude. Sehr gut. So ist es richtig. Okay, hier ist noch der Regio. Wie voll ist der in der Nacht? 92 Leute fahren damit. Hey, immerhin. Der ist tagsüber teilweise nicht voller. Hier, das würde ich unbedingt immer noch sehr gerne machen, damit ich da endlich auch mal die Zugverbindung hinmachen kann. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Oh, ist das nicht eigentlich niedrig? Levelig? Ja, scheinbar juckt es die mal so hart gar nicht und da werden einfach trotzdem mal Zack, Hotelbunker hochgezogen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber tatsächlich nutzen ein, zwei Leute diese Haltestelle. Hey, wer jetzt... Super. Immerhin etwas. Hier unten... Ob der Leute bekommt... Ganz ehrlich, Kumpel. Verzieh dich. Was wir aber machen könnten, ist den da hinsetzen. Weil da geht's. Und da finde ich es auch definitiv angebrachter. Okay. Wunderbar. Oh, ich glaube heute Abend das Spiel. Oder warum sind hier so viele Parkplätze besitzt? Ja, ich glaube heute Abend das Spiel. Oder es war Spiel. Vierter, Zehnter. Hm. Whatever. So, ich hatte ja gesagt, wir haben jetzt schon wieder fünf Minuten verblampert. Ab in den Tag. Stadt. Aus den Boden stampfen. Wir machen das klassische Prinzip. Okay. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr auf Schnörkelungen gesetzt. Und wir werden auch zukünftig mehr noch auf Schnörkelungen setzen. Hier werden wir jetzt einfach pure Effizienz, volle Kastenstadt einfach mal reinsetzen. Und dafür machen wir am besten eins. Wir schnappen uns hier diese dreispurige Straße mit Mittelstreifen. Zack. Das ist die zentrale Straße. Diese zentrale Straße wird ausnahmsweise gegen die Kaste, ich weiß, aber ist in Ordnung. Ausnahmsweise. Von Hübschen, hübschen Kreisverkehren Na? So müsste es sein, ne? So. Müsste gehen. Perfekt. Genau. Das Ganze mache ich jetzt noch als dreispurige Straße. Genau. Das müssten wir jetzt eigentlich noch kopieren. Aber gut. So müsste es gewesen sein. Na, das war einer zu groß. Genau. Da war dieses komische, diese komische Verschnörkelung. Wo ich erst so gedacht hätte, ob das wirklich das ist, aber passt. Sehr gut. Einzige erlaubt es. Sonst Kaste. Kaste, Kaste. Am besten machen wir hier dann dafür noch so eine sechsspurige Straße da weg. Bamm, 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 bamm. Die war, glaube ich, hier, ne? Ne, die war da drin. So, dann einmal so weg. Zack. Hier geht es dann einmal weg. Und hier geht es einmal weg. Zack. und dazwischen ja gute frage wie mache ich das also schnappe ich mir mal hier das und ziehe hier zwei ringe hoch kann ich hier so so kann ich easy einmal so einmal so einmal so einmal so noch rüber dann können wir schon durchaus so ja perfekt sehr gut einfach hochziehen zack 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 hier hinten natürlich entsprechend auch kleinen moment wie mache ich das zum schlausten hier habe ich überall so querlinien gezogen eigentlich sollte ich damit weitermachen so so wie ort ist bereits belegt ach geht auch so immer schön weiter ein das war jetzt bisschen geschludert dafür zahle ich jetzt doppelt da jetzt genauso wieder und dabei komme ich jetzt erst richtig in der stadt an verdammt warum warum das war ein bisschen zu weit ist jetzt schon mal ab so okay das geht klar hat es bereits belegt ach komm schon zack zack und wie geht's euch so ich ziehe hier ganz entspannt meine runden oder meine striche und ihr so liegt ihr gerade schön bequem oder sitzt ihr schön bequem in eurem schreibtisch stuhl könnt ihr mal sehr gerne in die kommentare schreiben wie ihr gerade dieses video schaut chips essen auf der couch schlafend im stuhl schlafend im bett generell im bett auf dem sofa würde mich tatsächlich sogar mal interessieren ich meine ich habe zwar ein paar statistiken gibt es aber naja ok hier muss ich jetzt gegenmaßnahmen ergreifen diese straße wird vorerst mal so ok ich glaube es reicht auch sie so zu machen es reicht denn es gibt hier eh nicht mehr als einspurig und dann würde ich gerne einmal so rausfahren und dann hier so rein ok gut jetzt brauche ich dann nur noch strom und den strom kann ich von hier abzapfen zack und runter und jetzt zieht die bunker hoch zieht die bunker hoch zack 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 sehr schön dann brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen einkaufsmöglichkeiten da ziehen wir den streifen einfach mal da vorne hoch gar kein problem parks mal gucken ob wir da welche machen aber ansonsten hier alles schön über die das wird absolut und 100%ig schief gehen aber hey let's try it out ob das so klug ist dass da jetzt schon Gebäude ja naja gut ansonsten hier ist Öl bedeutet Ölindustrie Ölindustrie kann ich aber halt wirklich noch sehr sehr wenig nur bauen weil ja ich meine ich würde sie dann alle über die straße jetzt schicken und das würde den absoluten kollaps bedeuten alternativ könnte ich versuchen halt jetzt schon mal einen tunnel da irgendwie drunter durchzubauen hier dann so durch und hier dann rein wäre aber auch nicht optimal weshalb ich vorerst mal es nur bei dieser einfachen Siedlung belasse Zuganbindung natürlich natürlich mache ich eine Zuganbindung und zwar über das zweite Gleis oder das erste oh ja am besten das erste das zweite soll für Güterzüge sein so und dafür mache ich dann ähm es ist jetzt sehr schnell sehr dunkel geworden möchte ich an gemerken ich könnte neben der straße könnte ich einfach mitten durch das ziehen ich könnte aber auch hier ein hinsetzen und dann hier hinten noch einen Bahnhof wie mache ich das ich okay Fakt ist eine Sache die brauchen hier hinten auch ein bisschen Bildung natürlich müssen wir auch eine Feuerwehr oh ein großes Krematorium ja doch das kann ich jetzt hier hinten hin pflanzen das ist gar kein Problem mitten in der Hauptstraße so wir könnten wir könnten ja Service für so eine Service Straße machen vielleicht hier hinten mach die Straße einfach mal weiter dann ziehe ich eine Stromlinie komplett nach da hinten und dann würde ich hier ganz gerne eine Straße hochziehen hier zack und dort setze ich dann das Krematorium rein zack dort setze ich ein Krankenhaus rein zack ein Friedhof eine Feuerwehr eine Polizei und ne Universität nicht Hochschule ja ist halt ist halt leicht zu groß ne das ist auch noch eine Grundschule das ist ne das ist noch so ne Highschool ne ja dann setzte mal da an der Seite hin und da an der Seite hin und dann noch eine Grundschule hier rein ok sehr schön wow also im Zweifel könnte ich übrigens dann die Straßen entsprechend auch noch auf 4 ausbauen die hier sogar genauso also das geht auf jeden Fall mal voll klar und die werden dann größtenteils hier entsprechend in der Ölindustrie tätig sein apropos Ölindustrie wie war das jetzt nochmal mit dem Bahnhof am besten also ich würde hier hinten dann sogar komplett mal auf ein U-Bahn-Net setzen so wo war das jetzt hier sind die Schienen das bedeutet ich setze einen Bahnhof halt dafür brauche ich erstmal Straßen hier muss ich das entsprechend ja noch anpassen also hätte ich gerne einen hier und einen da hinten und zwar hier so also zack und zack sehr schön damit sind die zwei Bahnhöfe gesetzt die werden wir dann entsprechend noch verbinden als Regionalbahn werden wir dann dort fahren lassen ich müsste die auch mal benennen oder so würde vielleicht gar nicht mal so schlecht sein aber alles der Reihe nach ich bedanke mich vorerst mal viermal fürs zugucken während ich hier nochmal eine hübsche Linie ziehe damit zumindest das auch nochmal gemacht ist vielen Dank und bis zum nächsten Mal ich Planning ich denke ich glaube es Mooi nicht Medal ich bin dir nicht nicht gar summit ist nichts